Okay, das ist, ähm, das ist leicht verwirrend. Warum kann ich jetzt hier... Hä? Moin Leute und willkommen zu einem neuen Teil von 112 Operator. Ähm, ja, viel brauche ich ja wahrscheinlich nicht mehr zu dem Spiel hier zu erklären. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich, ich habe 88.000, ob ich mir nicht noch ein Fahrzeug kaufen sollte. Da ist halt die Frage, ob Polizei, weil Polizei habe ich eigentlich relativ gut, aber Polizei kommen halt die meisten Einsätze rein. Oder halt Medizin, weil wenn man hier sieht, habe ich hier zwar 1, 2, 3, 4, äh, sagen wir mal 5 Fahrzeuge. Und ich meine, damit kann ich nicht mal die ganze Karte bedecken, aber... Ja gut, ist halt echt die Frage. Ich, äh... Ich glaube, ich hole mir erstmal wieder ein Polizeiautochen. Ähm... Sollen wir uns ein Van holen oder eine Polizeipatrouille? Ja gut, der Van kostet halt 80.000, aber die... Der Van kann halt 4 Leute mitnehmen. Ähm... Na, holen wir uns ein Van. Und... Wen stellen wir ein? Ähm... Ähm... Ja gut, er fährt halt nicht gut. Oh, ich kann hier einen Roboter reinpacken. Was bringt mir denn der Roboter? Okay. Ja komm, nehm ich den Roboter. Ich weiß mal nicht wofür, aber... Ähm... Warum kann ich die jetzt... Hä? Habe ich den Roboter jetzt als... Ich verstehe das gerade nicht. Ähm... Warum kann ich den nicht... Hä? Er fährt jetzt der Roboter, den wir hätten, oder wie? Anscheinend schon. Äh... Okay. Das ist, ähm... Das ist leicht verwirrend. Warum kann ich jetzt hier... Hä? Ich will... Ich will die hier einstellen. Ähm... Ich glaube, wir brechen nochmal kurz ab. Und starten die Aufnahme neu. Oder das Spiel, eher gesagt. So, da sind wir wieder. Mal schauen, hat er die Einheit jetzt noch drin? Ich hoffe nicht. Ne, hat er nicht. Gut. Neue Einheit hinzufügen. Polizei wählen. Und dann holen wir uns jetzt mal die Polizisten. Ähm... Nehmen wir mal den. Ah, jetzt kann ich den Roboter nicht mehr reinpacken. Okay. Das ist okay. Ähm... Ach, wir können... Ach, vielleicht hatten wir eben kein Geld mehr. Ah... Ja, ja. Das macht Sinn. Das macht echt Sinn. Ah, ich voll Idiot. Ähm... Ich meine, der ist ja jetzt Fahrer. Von daher kann ich einen mit Schießerfahrung einstellen. So, gut. Dann habe ich jetzt hier zwei Polizisten. Dann schaue ich mal hier. Ähm... Kann ich die nicht einfach... Könnte ich die nicht einfach verschieben? Ähm... Was ist, wenn ich jetzt hier auf X klicke? Dann habe ich die dort rausgenommen und kann die... Ah, perfekt. Hier zuweisen. Ja, dann klicke ich mal auf Start und dann fangen wir auch direkt an. Ähm... Da kommt direkt der erste Polizeieinsatz. Ich teile mir die Fahrzeuge hier nochmal ein bisschen besser auf. Dann, äh... Ja. Ich teile mir die Fahrzeuge lieber nochmal etwas auf. Ähm... Da schaue ich die Fahrzeuge hin. Da schaue ich die Fahrzeuge hin. Ähm... Ja... Hier ist jetzt ein medizinischer Notfall. Jetzt sagt nicht, die schaffen es nicht, da wegzufahren. Also der eine, der fährt jetzt. Super. Und der andere? Jetzt sagt nicht, der ist immer noch da, stuck. Ähm... 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 Ach, da oben. Ähm... Ja, den habe ich. Dann habe ich hier was. Dann habe ich hier jetzt wieder was. Taschenlieb anscheinend festnehmen. Gut, dann baue ich hier einen Wagen. Ähm... Ah... Suche. Suche nach vermisster Person. Ähm... Was kann ich denn da... Kann ich den... Ja, anscheinend kann ich den Heli da hinschicken. Okay... Hier wieder Polizei. Hä, die kommt doch da. Hä, warum ist... Warum ist der Mediziner da bitte hingefahren? Also, eine Musste, oder wie? Ah, genial. Polizei, Feuerwehr und Medizin. Schafft der Heli das? Schafft der Heli das? Ich meine, eigentlich sollte er ein Heli das relativ schnell absuchen können. Prinzipiell. Ähm... Zurück zum Bade. Der ist da stuck. Keine Ahnung warum. Aber der ist da... Keine Ahnung was mit dem los ist. Echt, keine Ahnung. Roger! Ach, und falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, meine Nase ist etwas zu. Deswegen könnte es, äh... sich komisch anhören. Ja... Hä? Warum minus ein? Taschendieb, hä? Da habe ich doch eine hingeschickt. Gehen zum Anruf. Mit Multiple Tickets, okay? Na ja. Muss man nicht verstehen. Ach, da ist auch einer. Und da ist ein Anruf. Und da ist ein Anruf. Yay! Das ist 112. Wie kann ich dir helfen? Wichtig. Wichtig. Wichtig, Tom. Äh, hallo. Ich komme aus der Martial-Arts-School. Äh... Ich denke, einer meiner Studenten bringt seinen Knie. Äh, wir brauchen einen Anruf. Wie fühlt er jetzt? Wie fühlt er jetzt? Äh, er ist nicht sehr glücklich. Ähm... Was ist passiert? So, äh, das ist die Martial-Arts-School. Äh, wir prächtigen Trolls. Äh, er fällt auf seine Knie. Äh, das ist alles klar. Äh, alles klar. Nee, nee, nee. Hello. I need you to describe the injury. Ähm, the knee looks pretty swollen. Äh, like a ball. Äh, will you send an ambulance? Okay, I'm sending an ambulance to your location. Thanks, but, äh, should we do something, äh, while we wait? Äh, Knie bewegen klingt doof. Hochleden ist auch doof. Hello. So? Put some ice on it if you have any. Even a cold drink can help. Okay. I think we can find some ice. Anything else? Äh... Nothing. Just wait for an ambulance. Okay, thank you. War das jetzt richtig, oder war das falsch? Also, ich mein, kühlen würde ich jetzt sagen, oder... ...nicht. Ähm... Ach, jetzt habe ich da Polizei hingeschickt. Ja gut, anscheinend brauche ich auch die Polizei. Ähm... Messerangriff, okay. Ja gut, die kommen auch erst an. Äh... Ja gut, der Lili hat einen eingeladen. Ähm... Loll, ich habe drei Ereignisse offen. Oh Gott. Ich fordert hier. Und hier unten, äh, Polizei. Medizin. Okay. Okay. Gerade ist wieder, äh... Sehr gut, was los. Hehe. Okay, nix offen gerade. Ja super, jetzt wieder. Ähm... Ich habe hier kein Polizeivahrzeug. Äh? Angreifer. Ach, lol. Hä? Huch. Ups. Ja gut, vielleicht sollte die Polizei zuerst eintreffen. Ach, die brauchen nun Rettungswagen. Ähm... Woher kriege ich denn... Na gut, dann muss ich ja den schicken. Boah, ist das ein alter Weg. Äh, Transport benötigt, ja. Da habe ich hier ein Fahrzeug. Ähm... Die Schicht ist noch nicht vorbei. Schade, ich dachte, das ist mir einfacher. Aber irgendwie ist gerade echt, äh... Gut. Willst du mal losfahren? Vielen Dank. Ähm... Anscheinend ist gerade echt gut was los. Dann kann der sich den schnappen. Dann schicke ich den dorthin und dann kommt der Anruf. 112, was ist deine Überraschung? Hallo, es war ein Erkrank. Wo ist das passiert? Äh, nahe... Der ist ein Auto. What happened? Meine Auto ist verletz. Was passiert? Ähm... Ich war Tschüss... Ich sagte... Ich war dir, ich habe ... Und es nicht zum Ohne noch am Weg zu laufen. gì hat jemand gestartet? Well, no one died. My car is scratched. And he's not here anymore. It was just slowly... It drove away. Uh... Slowly drove away? Well, it wasn't like he didn't even notice. He bumped into me. Just kept rolling. I'll send someone. Way to the place of the accident. Okay, you do that. Bye. Okay, we're done here. Ready for action. Gut, ich meine, den Mediziner, den muss ich jetzt eigentlich nicht da hinschicken. Aber gut, machen wir das trotzdem mal. Ähm, oh. Ja, hetz mich nicht. Spiel, hetz mich nicht. Ähm, 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 ähm. Ja, so, 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 so. Oh, äh, ja gut, ich hab trotzdem noch vier Ereignisse. Super. Ähm, ja, 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 ja. Was hab ich hier? Ja, der ist auch noch offen. Super. Alter, das spielt jetzt nicht gerade. Ähm... Ähm... Ja gut, dann sollte er sich den schnappen. Es ist ein Schuss. Schreibe weitere Ambulenzen zum Inzidenz und schreibe sicher, dass die Kriminelle nicht erheben. Was will ich denn mit dem? Ja, gut. Das kannst du ja eh vergessen. Ähm, Polizeieinheit benötigt, ja. Ähm, die sind auf dem Weg. Wie sieht es hier aus? Sieht alles machbar aus? Der ist da... Ah, ich hab schon wieder Ereignisse. Alter, Affalter. Ähm, Medizin. Ähm, ja. Ja, 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 ja. Also, das Spiel weiß, wie man einem Feuer unterm Arsch macht. Also, so nach dem Motto, das Sprichwort halt. Roger? Ähm, sieht eigentlich doch jetzt alles gut aus, oder nicht? Woher? Sanitäter? Hä? Warum Sanitäter benötigt? Du bist doch Sanitäter. Was bringt mir... Äh? Hä? Na ja, du vergesst es. Ähm, Poli... Ja, gut. Der muss halt abtransportiert werden. Hä, 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 hä. Huch, ups. Also, der schnappt sich den. Der transportiert ja einfach ab. Und dann, äh, haben wir endlich Ende der Schicht. Alter, war das ein heftiger Tag. Bereit für den nächsten Keks. Eieieiei, der hat echt einem, äh, gut Feuer unterm Arsch gemacht. Ja, der fährt ins Krankenhaus, der fährt zur Wache zurück, der transportiert ab. Und der hier oben ist, ähm... Ach, der braucht Polizei und nicht Feuerwehr. Ja, ja, ja. Äh... Ja, der Disponent hat, äh, Funkstreifenwagen 3 befohlen, nach kaputte Ampel zu fahren. Ja, was ist, wenn ich jetzt auf das Fahrzeug klicke, dann? Nix, aber gut, ähm... Ja gut, die Feuerwehr brauche ich ja dann nicht. Hä, huch, ups. Aber das sieht mir eher aus wie eine Stromleitung und kein, äh... Naja, egal. Also, der ist auf dem Rückweg. Der hier oben fängt jetzt an. Und sobald er fertig ist, müsste ich eigentlich alles fertig haben. Ja, ähm... Jetzt ist halt die Frage, wie lange das dauert. Anscheinend sehr lange. Ich mein, der Balken bewegt sich grad nicht mal. Oh Gott. Alter, dauert das lange. Was ist denn jetzt mit diesem Fahrzeug hier? Was ist mit dem? Ist das nicht besetzt? Kann das sein? Ich muss gleich mal schauen, also wenn das Fahrzeug nicht besetzt ist, das wär echt lustig. Alter, ich hab zwei zusätzliche Einheiten geschickt und wir sehen ja, wie weit die sind. Alter, das ist, äh, das ist, äh... Lol, jetzt stehen sie im Stau? Okay. Oh, jetzt hab ich... Ja gut, die fährt ja eh nicht los. Jetzt können wir mal hier schauen, wenn die anderen Polizeieinheiten jetzt da sind, müssen die sich eigentlich mit da drum stellen und, ähm... Etwas beschleunigen, würde ich sagen. Ja gut, es können maximal vier hin, okay. Aber es geht schon mal schneller, hab ich das Gefühl. In der Zeit können wir mal bei den Fahrzeugen schauen, ob wir Personal an Bord haben. Ähm, ich weiß nicht, welcher vom Streifenwagen das ist. Also hier sieht eigentlich bis jetzt alles voll aus. Ähm... Na gut, hier fehlt halt einer, aber das macht jetzt nicht den Unterschied. Ähm... Lol, ich kann Verstärkung anrufen. Lol. Egal, egal. Drogenhandel bekämpft, Ziele nicht erreicht. Ja gut, äh... Wir haben 45.000 plus gemacht. Das ist schon mal etwas. Aber ich frag mich halt echt, warum dieser eine scheiß Streifenwagen da nicht rausfährt. Echt. Als hätte ich da keinen Fahrer für. Oder irgendwie sowas. Ich mein Fahrer und Hund. Fahrer und Hund, ja. Ähm... Ähm... Fahrer, Fahrer. Versteh ich gerade nicht. Na gut, ähm... Ja... Ich, äh... Ja. Ich würde sagen, hiermit beende ich das Video. Ähm... Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst eine Bewertung da. Daumen nach oben, Daumen nach unten. Kommentar. Ich werde mich noch über dieses scheiß Auto informieren. Vielleicht verkaufe ich das einfach und kaufe mir ein neues. Weil, ähm... Mir bringt auch kein festbangendes Auto etwas. Und, ähm... Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh... Ich hoffe, wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Oder schaut gerne mal, äh, rechts. Da sind alte Videos gezeigt. Oder am Ende des Titelbilds, äh, da sind auch alte Videos von mir. Ja. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.